Gab jetzt dann erstmal so betretenes Schweigen in den sogenannten alternativen Medien, die ja sehr Putin-freundlich sind. Und da muss man sich halt eben dann fragen, ja wie viele Leute sonst noch klingen exakt wie Seipel, der jetzt erwischt wurde, weil halt so ein Sponsoring-Vertrag halt aus Zypern oder was von so einer Briefkassenfirma, weil der halt geleakt ist an die große Presse. Ähm, ja, also, wie viele andere Leute klingen genauso wie dieser Seipel? Gleichen Talking Points, gleiches Geschmarre, ja, und dieses, der spielt den Helden oder was, oder spielt den großen Pragmatiker. Also, so viele Bücher, über die wir auch im Laufe der Zeit gesprochen haben. Also, ich habe ja verschiedene Bücher rezensiert und gesagt, das ist alles Russenstoß. Also, die bringen dir halt Dinge über den Westen, die stimmen, ja, oftmals oder fast nur im ganzen Buch. Also, das ist schlecht hier und das geht den Bach runter und das ist furchtbar und blablabla. Kein schlechtes Wort über Russland und dann kommt so am Ende noch so die Russland-Verteidigung und die Russen sind die Hoffnung und die retten uns. Äh, und, ähm, das war's dann. Was ist jetzt mit diesen anderen Leuten? Also, wie viele Leute zittern jetzt, weil sie denken, sie sind die Nächsten, die drankommen, sie werden als Nächstes erwischt. Ähm, wer weiß, was die Massenmedien eigentlich noch haben über diesen Seipel. Der bekam ja die großen Preise, Journalismuspreise und er bekam das Exklusivinterview mit Wladimir Putin, durfte mit ihm Zeit verbringen. Äh, dazu gleich noch mehr und, äh, halt der Star schlechthin. Ja, was ist jetzt mit den anderen, die zittern? Sind die morgen dran oder nächste Woche? Oder sammelt man Material gegen die? Das ist nämlich auch so eine Sache. Äh, wenn Journalisten sowas jetzt rausfinden konnten, dann können es die Geheimdienste noch viel besser. Ja, also die westlichen Geheimdienste. Die finden solche Geldströme, die, die wissen alles, können alle Kommunikation abhören, die können jeden verwanzen, jeden Gegenstand verwanzen, können jemandes Gebäude verwanzen. Hier, in so einem Tisch kann irgendwo da eine Minivanze drin sein, im Tischbein, irgendwo in einem Monitor, in dem Audiointerface, in deinen Kopfhörern, in deinen Schuhsohlen. Ähm, die können alles abhören. Und haben Spitzel überall. Äh, und es gibt Überläufer, die dann halt Geheimnisse aus Russland in den Westen tragen. Und es gibt halt Quellen da drüben, die halt auch Geheimnisse verraten. Und man bricht da drüben in Russland in die Datensysteme ein, auch vom Geheimdienst und so, und saugt Daten ab. Also, die wissen anscheinend, ja, saumäßig viel hier, die Geheimdienste. Also, die wissen ganz genau, wer halt Landesverrat begangen hat, Hochverrat, wer halt nicht dann für den Rest seines Lebens in den Knast wandern wird. Ähm, und, ähm, ja, und dann gibt's da eben noch Straftatbestände, halt Agententätigkeit, was ausladen, etc., etc. Ähm, also manche sind jetzt dann doch ein bisschen nervös und die Geheimdienste achten jetzt natürlich dann auf sogenannten Chatter. Also, wer jetzt halt plötzlich nervös versucht hier halt zu kommunizieren mit seinen Mittelsmännern oder halt seinen direkten Kontakten, seinen Händlern, ja, äh, weil jetzt halt dann manche diesen Kontakt jetzt direkt brauchen halt eben zum russischen Geheimdienst. Die wollen wissen, bin ich als nächstes dran? Wie stehe ich da? Ähm, was ist mein Exitplan? Ja, was ist, wenn ich dann ruiniert bin? Was ist, wenn ich fünf, zehn Jahre in den Knast gehe? Was ist, wenn, äh, ich, was weiß ich, gibt's einen Fluchtplan? Ja, ja, gerade bei den wichtigeren Leuten, also Politiker, das ist nicht nur Journalisten, gibt's da einen Fluchtplan, dass man dich dann halt mit einem gefakten Pass oder sowas dann aus Deutschland rausschafft, aus Europa rausschafft und dann landest du halt dann irgendwie in Scheremetjevo Airport in Russland. Ja, also viele wollen jetzt halt eben dringendes Meeting oder nehmen so ein Satellitentelefon in die Hand, manche haben ja eins hier in Deutschland, äh, von den Russenstoßern und Rubelnoten und die kommunizieren halt direkt mit den Russen, angeblich Verschlüsse, die Algorithmen sind natürlich dann auch für den Eimer, ähm, und, äh, das wird wahrscheinlich dann auch abgehört. Also, das heißt, jetzt werden sich ja noch mehr Leute halt eben dann selber belasten, indem sie den Kontakt suchen zum russischen Geheimdienst. Ähm, ja, und was halt eben dann auch klar ist, diese, diese Typen, die, die haben ja bis zum letzten Moment eben noch gesagt, nee, Putin greift nicht die Ukraine an. Das war auch dieser Seipel, deutscher Starjournalist, mit den Preisen überhäuft, ja, ja, so kurz vor der Uninvasion noch gesagt, nee, das ist ein Bluff. Also, das wäre ja Hysterie und Dummheit zu glauben, der Putin greift die Ukraine an. Natürlich ist es dann passiert, ähm, auch Leute wie Sarah Wagenknecht waren dann aus allen Wolken gefallen und, äh, äh, waren anscheinend nicht eingeweiht in solche Pläne. Ähm, haben wir dann halt den üblichen Senf halt hinterher allerzeit. Und, ähm, das ist es halt nämlich. Das heißt, Russland verheizt seine Propagandisten genauso wie seine Soldaten. Ähm, ja, dann halt Webseiten. Also, du kriegst jetzt nicht nur den Starjournalisten für ein paar hunderttausend Euro hier und ein paar hunderttausend Euro da, sondern du kriegst halt eben dann auch, äh, die Online-Influencer, so erfolgreichere Blogger, große Telegrammer und so. Äh, dann ist die Frage in den USA, so Typen wie Jones aus Texas, ja, mit seinen, was ich, drei, mit seinem Drei-Millionen-Stammpublikum. Also, die kann man auch, also die, ja, muss man halt eben dann die Frage stellen, sind die halt eben dann auch gekauft. Da fließen halt einfach, äh, manchmal solche Summen bei diversen Personen. Ja, also man stelle sich vor, so ein Typ fuscht halt so ein Buch zusammen und kriegt dafür dann ein paar hunderttausend Euro. Ja, und ich meine, so ein Buch, das schreibe ich dir in ein paar Wochen. So diese typischen Talking Points. Ja, die NATO kreist Russland ein. Äh, die Russen sind immer das Opfer. Ähm, die Russen werden uns retten. Wir müssen uns umorientieren. Und, und die armen Russen und die wurden ja schon mal angegriffen von den Nazis und jetzt ist, äh, kommt dann die böse NATO und so. Kann ich dir in zwei, drei Wochen schreiben sowas? Ohne Probleme. Und dann gibst du es halt an den Verlag, das Manuskript, der geht da nochmal drüber mit seinen Lektoren. Ja, Vertrag unterschrieben. Dann kriegst du deine, deinen Vorschuss natürlich vorher und kriegst dann anteilig an den Buchverkäufen, deine, deine, äh, was weiß ich, 70 Cent, 80 Cent, was auch immer pro Buch. Du wirst bezahlt. Und dann kriegst du noch die extra Bezahlung von den Russen. 200.400, oder erstmal kamen, glaube ich, bei diesem Cyple 200.000 und dann irgendwie noch einmal 400.000. Heißt es zumindest in diesem, äh, Sponsoring-Vertrag. Ja, wir wissen es auch nicht genau. Wie hat denn der das verbucht? Wo genau ist das Geld hingeflossen? Weißt du, ist das Finanzamt? Und jetzt will dann der, der Verlag will anscheinend sein Geld zurückhaben und vielleicht Schadensersatzforderungen stellen. NDR und solche öffentlich-rechtlichen Sender wollen halt vielleicht die Kohle zurückhaben von dem und halt eben Schadensersatz. Ja, das kann teuer werden. Aber wäre doch cool für so den Einzelnen, ne? Schlotterst, schlotterst so ein Buch hin, zack, kriegst du ein paar hunderttausend Euro extra. Nice, oder? Ich meine, äh, also ich krieg sowas hin in drei Wochen, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm. Ich denke, viele andere würden das auch in drei Wochen hinkriegen. Ja, und dann für drei Wochen Arbeit. Ähm. Plus halt das, was du aus der Vergangenheit noch verwussten kannst. Ja, was? Der hatte ja Putin getroffen, war mit dem Jagen im Wald, ne? Mit seinen durchgehenden männlichen Bodyguards. Ja. Und dann, für drei Wochen Arbeit, 600.000 Euro plus das, was von Hoffmann und Kampe dem Verlag kommt. Nice, oder? So. Äh, wir wissen jetzt nicht bei dem, ob das jetzt halt nur wegen dem Geld war. Ja. Ja, also es gab immer wieder Leute, die ließen sich halt dann, äh, bezahlen. Und denen ging's dann wirklich überhaupt nicht um Ideologie oder um Ost oder West. Das war denen wurscht. Ja, manche haben gesagt, das ist halt einfach, die Supermächte, die streiten sich dann. Ein großer Weltkrieg kommt sowieso nicht, denken die sich. Und, ja, hat halt mal der eine ein bisschen die Nase vorne, der andere ist doch egal. Hauptsache, man kassiert hat richtig fett Kohle ab, ne? Und, und der dachte vielleicht auch, dieser Seipel, ähm, was er da gesagt hat, war ja jetzt nicht irgendwie besonders radikal, also was soll's, wo sei jetzt das große Risiko? Ich meine, es ist auf einem anderen Blatt, dass halt einfach, wenn über Jahrzehnte hinweg so eine Propaganda gemacht wird von einem deutschen Publikum, dann nehmen die Deutschen halt insgesamt auch die russische Bedrohung gar nicht richtig ernst. Und das kann für die Deutschen halt wirklich dann lebensgefährlich werden. Äh, also das darf man nicht unterschätzen, aber bei solchen Leuten manchmal schären die sich wirklich um gar nichts, außer um Geld. Äh, dann gibt's so absolute True Believer, wie jetzt die, ähm, Atomic Spies, die Atomspione, wie die Rosenbergs, die haben sich ja fast gar nicht bezahlen lassen vom, vom Sowjet-Geheimdienst, sondern die machten das nur aus Überzeugung raus. Ähm, also gerade jüdische Wissenschaftler, die wurden ja immer angesprochen vom KGB oder den KGB-Vorläufern, ja, so mit dieser Masche so, ja, aber wir Russen haben doch die, wir Russen haben doch die Nazis plattgehauen. Ja, wir Russen sind doch die, äh, totalen Antifaschisten und, und, äh, und so. Und, und, äh, deswegen sollten die Juden halt sich eher an den, an der Sowjetunion orientieren, ja. Ja, also so haben die das halt dann gemacht und manche sind drauf reingefallen. Auch wirklich schlaue, äh, also Leute mit hohen IQ, die sind voll drauf reingefallen. Und dann, als die Rosenbergs geschnappt wurden, ähm, wurde gegen die, halt eben die Verhandlungen geführt und so, die, die Ermittlungen haben ja eben gesagt, hey, wenn ihr alles gesteht und euch öffentlich dazu konkret äußert, dann kriegt ihr ja lebenslange Haft. Ansonsten gibt's einen elektrischen Stuhl. Was machen die Rosenbergs? Die wählen den elektrischen Stuhl. True Believers. Ja. Also manche machen das pur aus Ideologie, andere machen das nur aus Geld und dann gibt's auch alles Mögliche dazwischen. Ja, also, äh, gibt ja eben dieses ganze Prozedere beim Geheimdienst, wie du jemanden rekrutierst, welche Motivationen es da gibt und so. Das ist auch manchmal eben so ein ganz komplexer Prozess, der halt dann maßgeschneidert wird. Ähm, das erfordert halt schon Profis. Äh, und, ähm, ja, vielleicht, ähm, dazu komme ich nämlich gleich noch, ähm, weil die Arbeit von diesem Saipel, die Arbeit von diesem Saipel hat für mich so einen ziemlich anti-deutschen, äh, anti-deutschen, ähm, Touch und halt eben so diese klassische anti-faschistische Masche, die die Russen halt verwendeten. Ja? Also, ja, der arme Putin und die armen Geschwister, die dann gestorben sind von Putin, die armen Eltern wegen der halt Belagerung von, äh, Leningrad, das war natürlich der pure Horror, aber man versucht halt eben das Ganze jetzt auszuschlachten. Oh, damals, oh, die Nazis sind nach Russland rein und haben Leningrad belagert, äh, und jetzt fürchten sich die Russen vor den, fürchten sich die Russen halt, ähm, vor den USA, also die Russen fürchten die NATO, dass die da reinkommt nach Russland und dann gibt's wieder eine Belagerung und blablabla, ja. Äh, ich mein, ich frag mich auch, wenn dir, wenn dieser, äh, ehemalige Star-Journalist Seipel, wenn der halt jedes Mal in Russland war, was gab's für den also als Entertainment-Programm? Ja? Äh, mit was hat man den dann so unterhalten noch sonst so in den Hotels oder sonst irgendwas? Würde mich auch mal interessieren. Ah, whatever. Whatever. Ja, ich mein, andere, andere haben es natürlich dann schwer, das heißt, es gibt dann Leute, die verkaufen halt dann irgendwie beim Verlag, äh, oder über den Verlag verkaufen dann vielleicht 30.000 Sachbücher. Ja, und das gilt dann schon als, als signifikant und als Erfolg. Ja, 30.000 Bücher gehen über den Ladentisch, dann kriegt der Autor nicht mal einen Euro pro Exemplar und muss das Geld noch versteuern. Uh. Ist doch viel geiler, oder? Du verkaufst dann irgendwie vielleicht 50.000 bis 100.000 Stück und kriegst noch ein paar hunderttausend extra von den Russen, ne? So, also, betretenes Schweigen in den alternativen Medien wissen ja nicht so richtig, wie sie darauf reagieren sollen, weil, wenn sie sich dazu äußern, es nützt ihnen vielleicht gar nichts oder, äh, es weiß ja keiner, wer als nächstes erwischt wird und entlarvt wird oder in den Knast wandert, richtig gehen. Ja, also, ist natürlich dann super peinlich, wenn man sich, wenn man jetzt hat, dass es Maul aufreißt und dann, äh, wird man geschnappt. Ja, ähm, ausgerechnet Boris Reitschuster machte einen Beitrag dazu und hat jetzt dann eigentlich nichts anderes geliefert, als das, was man so in den Massenmedien hört, also nicht mal einen richtigen Kontext, nicht mal irgendwie irgendwas Eigenes, Interessantes, einfach nur so ein Beitrag. Er brüstet sich dann immer wieder in den Beitrag mit seinen Insider-Quellen, von denen er angeblich alles Mögliche schon vorab gewusst hätte und so. Ist natürlich nicht zu überprüfen. Ich bin jetzt auch skeptisch bei seinen alten Büchern, äh, welche Quellen er da angeblich gehabt haben will. Er war ja, er ließ sich ja bezahlen vom Fokus, ja, also, glaube ich, Burda, Hubert-Burda-Medien, also eher so die Atlantiker-Klitsche, ne? Ähm, hat er sich schön fett bezahlen lassen, ist dann immer wieder rübergeflogen und hat dann hochtrabende Geschichten erzählt, der Herr Reitschuster, ja, also gegenüber dem Fokus und dem Publikum dann, ja, was für tolle Quellen er da jetzt hatte, mit wem er da gesprochen hatte und aus Quellenschutz kann er natürlich nicht sagen, wer das war. Also ich habe meine Zweifel, ich traue dem Typen, also ich persönlich traue dem Typen gar nicht mehr, äh, mit gar nichts. Äh, und, ähm, ja, und jetzt meint er wieder, oh, seine Insider-Quellen, seine Insider-Quellen und dann schaust du in die Kommentare bei Boris Reitschuster, du schaust bei ihm unter die Story in die Kommentare und es sind eigentlich nur negative Reaktionen. Sein Publikum will das nicht hören und relativiert. Und fast jeder sagt in den Kommentaren das Gleiche. Ja, aber, 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 die Atlantiker-Medien schmieren ja auch, äh, das ist ja voll das Netzwerk und so. Und halt die GZ-Gebühren und die Milliarden und so. Also was soll denn das Problem sein, wenn, wenn die Russen halt Leute schmieren? Ja, äh, kein Interesse an Kreml-Operationen. Also es gab dann durchgehende Relativierung, sogar Lob für Putin da in den Kommentaren. Einer meinte hier folgendes, äh, also hier, hier heißt es dann, Mann, was wird hier schmutzige Wäsche gewaschen, wie niveaulos und was soll an der ganzen Sache Schmiergeld sein? Ist es doch ganz normal, dass ich einem einflussreichen Journalisten, Autor, der ein Buch über mich und mein Amt schreibt, die Auslagen bezahle? Wie, was meinten die damit, 600.000 Euro Auslagen für ein, für ein russisches Hotelzimmer? Äh, dann heißt es noch, klar kann man jetzt zanken, ob dann die Neutralität des Autos gewährleistet ist, aber sonst, Fragezeichen, und dann wieder dieses versteckte Putin-Bashing im Artikel. Man kann's ja wieder versuchen, gelle. Also ich mein, äh, ich mein, mit solchen Leuten da draußen sind, ist das Land wirklich komplett verloren. Also, wenn ich auf solche Leute einlässe, die sowas schreiben, äh, da kannst du gegen den, da kannst du auch gegen den Brückenpfeiler fahren im Auto, ja? Also, dann kannst, kannst du gleich aufhören, ja? Ähm, ich mein, Reitschuster kann sich nicht einmal mehr positionieren zu so einer ganz einfachen Sache, ohne dass dein eigenes Publikum sauer auf ihn ist, anscheinend 90 Prozent oder 95 Prozent seines Publikums. Ja, also der Kreml hat im Prinzip Reitschuster's Publikum in der Hand. Und das war ja auch so eigentlich schon in Corona-Zeiten so, ja? Der Kreml hat das Ganze hier gepusht, ähm, die, die Kreml-Medien hier, also die offenen Kreml-Medien hier, haben das ja auch gepusht, diesen Corona-Stoß, ähm, und haben hier die Leute wütend gemacht und depressiv und aggressiv, äh, und daheim in Russland haben die gleichen Sender eigentlich, äh, daheim in Russland haben sie das Gegenteil erzählt. Da haben sie den Leuten erzählt, nee, die Maßnahmen sind ja halt, ja, gewöhnlicher Standard-Kram, man muss halt irgendwie da durch und so. Und, ach ja, übrigens, Corona-Stoß ist in Russland illegal, wird schwer bestraft mit neuen Gesetzen. Also hier erzählen sie uns das eine, um uns in den Wahnsinn zu treiben und da drüben in Russland erzählen dieselben Medien dann genau das Gegenteil. Ja, und dann kamen plötzlich diese, dann kamen plötzlich diese alten Säcke da aus ihren Löchern da gekrochen, als wäre das irgendwie, irgendwie so ein 80er-Jahre-Zombiefilm. Da kamen sie aus ihren Gräbern fast schon raus oder aus dem Schrank und dann so, äh, machten dann so einen auf Influencer plötzlich. Also manche, die hast du mal vor 20 Jahren irgendwie gehört gehabt, äh, haben sie da ihr Maul aufgerissen über was, womit sie sich gar nicht richtig auskennen. Andere, die waren überhaupt nicht als Aktivisten bekannt und dann plötzlich so, oh, sie klären jetzt über die große Wahrheit auf und sie haben jetzt hier so die absoluten Megasensationen und alle fragen sich nur, hä, was ist denn mit denen kaputt? Und dann gab's Leute, die waren schon im Ruhestand, waren halt mal irgendwie Virologen, Epidemiologen oder irgend sowas oder halt so, ähm, Autopsie-Spezialisten oder irgend sowas und diese Leute im Ruhestand, diese Ex-Mediziner meinten dann, hey, da kamen Leute auf uns zu. Und, und haben dann gesagt, hey, äh, willst du 100.000, 100.000 Euro verdienen oder mehr als 100.000 Euro verdienen? Wir wollen, dass du, äh, quasi, dich als Aktivist betätigst und halt irgendeine Studie, so eine Pseudostudie machst. So, so irgendwas, sowas mit Corona halt, ne? Äh, hast du Bock auf, ähm, ein paar 100.000 Euro? Und dann haben dann Leute abgelehnt. Aber andere haben anscheinend nicht abgelehnt. Ja, die haben sich wahrscheinlich gegrieskramt wegen ihrer, ihrer miesen Rente hier oder was. Ähm, oder hatten vielleicht noch andere irgendwie Verbindlichkeiten oder was auch immer. Ja, und Vegetierner vor sich hin in ihrer, in ihrer Rente, haben keinen, weißt du, keinen Berufsalltag mehr, niemand nimmt sie mehr für wichtig, keiner interessiert sich mehr für die. Und dann kommt auf einmal das Angebot. Hey, äh, willst du ein paar hunderttausend Euro haben? So läuft das. Ja? Sorry, dass ich da irgendwie, dass es halt keinen Weihnachtsmann und keinen Osterhasen gibt, aber so funktioniert das, ne? Und dann ist das große Zugpferd von Reitstoßer und halt diesen anderen Leuten, war halt dann Corona und, ähm, das hat halt das Geld eingebracht. Manche hat es halt irgendwie dann in den Knast gebracht. andere Influencer oder mussten ins Ausland flüchten oder, ähm, ja, oder was auch immer. Ähm, das war so, das ist das Zugpferd-Thema. Ähm, und jetzt müssen sie halt dann irgendwie rumkrebsen und schauen, ja, machen sie dann doch mehr Werbung für die AfD und so oder wollen sie gleich für die AfD arbeiten, weil woanders kannst du ja schwer Kohle verdienen als Influencer inzwischen. Und ich meine, jemand wie Reitschuster, wenn sein Publikum so reagiert auf diese Story, dann weißt du eigentlich, wie abhängig der ist von den Launen des Publikums. Also das heißt, der kann dann halt im Prinzip für den Rest seines Lebens jetzt das machen, was das Publikum von ihm verlangt. Und ich habe das in den letzten Jahren immer wieder gesagt, ja, du hast da richtig, äh, natürlich besorgte, aber auch fanatisierte Leute da draußen, ähm, und die wollen dann, die verlangen von den Influencern, dass die sich in Teufelsküche bringen. Ja, die lieben dich kurzzeitig, wenn du halt genau das machst, was die von dir wollen. Und dann geben sie dir Geld. Aber du ruinierst damit natürlich dein Leben und deine Karriere und alles. Ähm, und, äh, wenn du halt für diese, für dieses Publikum halt keinen Nutzen mehr hast, oder scheinbar keinen großen Nutzen mehr hast, dann lassen die dich auch fallen. Die haben da keine Treue dir gegenüber, sondern das Publikum rennt halt dann zum nächstbesten Deppen oder irgendeine, irgendeine, äh, Russenklatsche, irgendeine Schruller, ja, die dann, äh, irgendeine, irgendeine Russentuss, die dann halt die neue Influencerin ist. Und die ist halt dann hübscher als der letzte Influencer oder halt jünger und halt nicht so verbraucht und hat nicht so viele Schrafverfahren am Arsch kleben. Also wechselt das Publikum halt auf den anderen Influencer. Und inzwischen gibt's ja auch so viele, dass die sich um, ums Geld streiten, ne. Und, und Seipel meinte dann irgendwie, also dieser, ähm, ehemalige Starjournalist Seipel hier, äh, der jetzt erwischt wurde, hier mit dem ganzen Russengeld, der meinte dann irgendwie, ja, das war ja alles so harmlos, also ja, der hat ja nix, nix Krasses da erzählt über die Russen. Aber genau darum geht es ja. Auch von anderen gab es bergeweise Propaganda, die insgesamt den Eindruck vermittelte, äh, das Putin-Regime sei harmlos. Ja, und dann nehmen wir Deutschen die Gefahr nicht richtig wahr und dann sind wir halt gegebenenfalls im Arsch. Weil halt so viele Leute jetzt nix Krasses erzählt haben, aber halt einfach in der Summe, in der Masse ist es dann doch gefährlich. Also, äh, und, äh, das ist halt wahrscheinlich dann so der Talking Point, der jetzt halt so verwendet wird, so what? Was soll's, dass ein Starjournalist mit Preisen überhäuft, der für die großen Verlage, Mainstream-Verlage hier gearbeitet hat und für die Massenmedien hier gearbeitet hat? Der war ja kein Einzeltäter. Ähm, ja, äh, das heißt, äh, ja, das ist egal, dass der, ja, dass der halt so hunderttausende Euro dafür bekam, für so ein Buchprojekt. Das ist egal, weil die Atlantiker-Medien, da fließt ja auch Geld und die GEZ-Medien fließt ja auch Geld. Also ist es doch okay. Ist doch wurscht. Okay, gibt jetzt zig Gründe, warum das eine absolut grotesk-idiotische Haltung ist. Ja, und weil diese Leute keine drei Meter weit denken können. Okay, erstens natürlich Ost- und West-Einfluss auf Deutschland. Ähm, also dieser Einfluss aus Ost und aus West, das ist beiderseits zurückzudrängen. Du musst beides zurückzudrängen, ja. Zweimal Mist ist kein Sandwich, sondern ist halt Mist. Ja, ähm, willst du jetzt Aids oder Kopfschuss? Äh, ist beides nicht gut, ne? Ja. Dann, was damit zusammenhängt mit dem Punkt, die Kartellgefahr. Selbst Professor Carol Quigley in seinem riesigen, dicken Buch Tragödie und Hoffnung, ja, ganz hinten irgendwo auf Seite 900 irgendwas, da sagt er dann, ja, eigentlich war der kalte Krieg ziemlich fake und die Supermächte sind in so eine Art Kartell-Situation reingerutscht. Allein schon durch die ABC-Waffen, es bringt denen nix, sich wirklich fertig zu machen gegenseitig. Ähm, sondern die, die haben diese Situation halt irgendwie akzeptiert. Und die machen ab und zu Stellvertreterkriege und machen einen Haufen Blabla, halten die Leute beschäftigt. Hauptsache, die behalten ihren Status. Das ist halt so eine Kartell-ähnliche Situation, die sich so ergeben hat. Meinte Carol Quigley. Und ich meine, wie viele Verschwörungs-0815-Aktivisten hatten halt früher immer so Quigley zitiert, aber halt immer falsch und halt immer nur irgendwie so ein Ding über halt die Merchant-Banks da in England. Ähm, aber das Wichtigste in Tragedy and Hope, im Buch von Carol Quigley, ist halt eben dann diese Ausführungen am Schluss über halt einen Kartell der Supermächte. Ja, wobei Quigley noch gar nicht weit genug ging. Ich meine, es kann auch ein full-blown Kartell sein oder halt sogar gemeinsame Wurzeln haben. Ja, oder, oder es kann auch sein, dass die sich halt gerade dabei befinden, einen Kartell zu gründen oder dass sie innerhalb der nächsten Jahre einen Kartell gründen und so. Die Kartellgefahr ist immer da. Aber das schnallen halt diese Nulpen da draußen nicht. Ja? Weil die keine drei Meter weit denken können. Die sind natürlich immer emotional. Ja, sie glauben, sie haben alles kapiert und wenn jemand das nicht teilt, was sie da auf Telegram da sich ins Hirn reingestoßt haben, dann sind sie böse und werden aggressiv, ja, und denken dann irgendwie Kritik oder halt Mangelübereinstimmung. Das sei ein böser, hinterhältiger, fieser Angriff von ganz gemeinen Leuten. Also das ist schon so geisteskrank wie halt bei einer narzisstischen Störung eigentlich. Weil die meisten Leute, die werfen zwischen Begriffe halt rum, ja, Narzissmus und Gaslighting, aber haben irgendwie kein einziges Buch fertig geschafft zu lesen über Narzissmus. Das ist wirklich, wenn Leute diese narzisstischen Kränkungen wahrnehmen. Das heißt, Dinge, die eigentlich normal sind, es wird von denen wahrgenommen als absolut, absolut tödliche Beleidigung von ihrem Innersten selbst. Weil wenn Leute diesen Stuss in sich aufnehmen und zum Teil ihre Persönlichkeitsstruktur machen, ihre Identität machen, ja, dann ist es halt einfach krankhaft. Und wenn du dann irgendeine Idee kritisierst, dann fühlen die sich so, als würdest du ihr Innerstes kritisieren. Ja, und ohne diese Vorstellungen, diesen Größenwahn, sind sie ja dann irgendwie nichts oder ihr Selbstbild ist nichts. Und dann werden sie einfach böse, richtig bösartig. Ja, und genauso fühlt sich jeder fanatische Klimaaktivist und jeder Kommunist und jeder Islamist, das fühlt sich immer gleich an. Ja, allein dieses Gefühl, ja, das bedeutet nichts. Ach so, gar nichts. Es ist immer die Kartellgefahr. Und wenn halt deine ganze Strategie irgendwie darauf basiert, auf dieser Grundannahme, dass das irgendwie die Amerikaner und die Russen sich total hassen an der Spitze und sich total immer bekämpfen wollen und nie einen Kartell machen würden, und wenn das doch eine Grundannahme ist und du alles drauf aufbaust, aber deine Grundannahme ist falsch, dann bist du halt einfach komplett im Arsch. Ja? So. Ähm. Und ich meine, das Interessante ist ja, wenn jetzt dieser erwischte Seipel, ehemaliger Starjournalist, mit der jetzt halt sagt, ja, aber ich hab doch nichts Ungewöhnliches erzählt, andere haben doch das Gleiche irgendwie erzählt und es wurde ja gesendet und das hat ja von Hoffmann und Kampbe der Verlag verlegt und so, das war ja nichts Krasses, was ich da erzählt hab, ne? Aber, äh, man muss es mal von der anderen Seite aus denken. Die Russen haben ihm nicht mal irgendwas Krasses gegeben, ja, an, 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 bekamen er irgendwelche coolen Akten zugesteckt von den Russen und hatte dann die exklusive Megastory. Nein. Nein. Das kriegen die Leute nicht, die Russen Stosser im Westen. Die kriegen halt immer nur Talking Points anscheinend oder halt, die machen einfach zufällig die gleichen Talking Points, wie die Russen sie machen. Und, ähm, ja, und, ähm, da kommen aber keine richtig krassen Sachen von den Russen. Ich dachte, Russland will die NATO fertig machen. Warum enthüllen die dann nichts Großartiges über den Westen? Ich meine, Jeff Nyquist, äh, mit dem ich eine englische Sendung mache, einmal die Woche, der hat ja schon hier gemeint, ja, wenn, wenn mal irgendwie ein großer Schwall kommt an krassen Enthüllungen über den Westen, dann wäre das wahrscheinlich ein Anzeichen für einen baldigen, ziemlich heftigen Krieg, ähm, weil man halt, ja, das richtig timen möchte. Also man möchte halt dann kurz vor dem Krieg halt dann richtig Verunsicherung auslösen im Westen. Das kann so kommen, muss aber nicht, ja. Bislang ist es halt so, ob jetzt irgendwelche Kommunisten, Russen, Stusser im Kalten Krieg hier bei uns im Westen oder jetzt halt jetzt irgendwie in der heutigen Zeit so rechte, rechte Russen, Stusser und Kreml-Noten, die kriegen nichts Tolles zum Kreml. Nur diese blöden Talking Points. Tja, sieht halt doch nicht so aus unbedingt, als, äh, wollten die Supermächte sich auf Teufel komm raus fertig machen, oder? Also, wie wär's denn damit, den Ost- und West-Einfluss zurückzudrängen? Weil ich mein, solange du zumindestens irgendwie eine Linie pusht, ja, äh, machst du halt damit, natürlich, äh, richtest du damit auch Schaden an und das hilft dann wieder der anderen Seite und so befinden wir uns ewig in diesem Zangengriff. Also du musst beides ablehnen, Ost- und West-Einfluss. Äh, dann diese Vorstellung, ja, Russland rettet uns doch. Nein, Russland rettet uns nicht. Russland will uns erobern. Russland ist ein weiteres Problem, keine Lösung. Ich weiß, das macht die Leute depressiv, das zu hören, aber es ist nun mal so, wie es ist. Ja, und du fängst dann erst richtig an, was Sinnvolles zu machen für die Deutschen, wenn du kapierst, dass Russland, äh, wenn du das mal richtig kapierst, dass Russland uns nicht rettet. Ja, das ist eine schöne Fantasie, so wie der Weihnachtsmann und der Osterhase und die Zahnfee und das, ähm, äh, erhöht vielleicht deine Stimmung hier, wenn du halt dich durch deinen Tag durchkämpfst und so, aber es ist halt einfach nicht wahr und es hilft uns Deutschen wirklich nicht, an diese Märchen zu glauben. Ja, also, das ist nicht einfach nur so, ja, ist doch egal, wenn da jemand hunderttausende Euro nimmt von den Russen. Das ist wirklich gefährlich. Wir unterschätzen Russland mehr und mehr und das kann tödlich sein. Äh, pro, äh, pro-russische Ideen sind nicht besonders oder alternativ oder rebellisch, sondern das war lange Zeit Mainstream und das ist auch jetzt noch Mainstream. Denn die fröhliche SPD äh, und andere große Parteien, ähm, Mainstream-Parteien hier in Deutschland, die planen ja schon für die Zukunft. Die wollen ja, dass die Pipelines wieder in Betrieb genommen werden und dass dann Putin vielleicht dann hier weg ist und dann ersetzt wird und man faket dann, dass es sich um einen wirklichen Neuanfang handelt da drüben. Ja, und dann wieder Appeasement und Handel und Wandel und Handel und Handelwandel. und dann, und dann, ja, und dann sind diese hier deutschen Politiker von den großen Parteien wieder zufrieden. Deswegen wollen die ja nicht viel helfen für die Ukraine, weil sie wollen halt einfach dann schon an die nächsten Jahre denken. Sie wollen, dass dann die Welt den Ukraine-Krieg vergisst. Ach, das war früher, das sind alte Zoten und das war ja noch unter Putin und das ist jetzt ganz anders und jetzt, äh, haben wir wieder schöne Gasverträge und blabidi-blah. Ja, also das ist nicht nur die rebellische AfD, die da jetzt wieder Gas möchte von den Russen. Ne, das ist auch eine Mainstream-Agenda. Ja, diese katholischen, ähm, Ritterorden, Seilschaften und auch manche halt andere Seilschaften hinter der CDU, äh, CDU, CSU, die warten ja auch nur drauf, bis man wieder hier schön Wetter machen kann mit den Russen. Siehe Armin Laschet, ja, der letzte Kanzlerkandidat. Oder dieser eine, dieser eine, dieser eine pro-russische Autor letztens mit seinem, der auch in so einem Ritterorden drin ist. So einem katholischen. Ja, also das sind keine rebellischen Ideen. Da kommen Leute und meinen, sie haben hier pures Gold. Oh, wir haben die tollen Ideen. Wir, wir machen hier die Rebellion. Nein, das ist alter Mist. Das ist einfach so, äh, quasi vom Recyclinghof des Mainstreams Dreck aufgeklaubt und dann als Gold irgendwie den Leuten angepriesen. Ja, das wissen halt viele gar nicht mehr oder viele haben es gar nicht mitgekriegt. Ich war damals natürlich beruflich schon aktiv, hauptberuflich, als hier, hier Van Rompuy von der EU gesagt hat, wir müssen uns hier die EU da anschließen an, oder zusammenschließen mit der russischen Föderation und die Massenmedien waren für sowas und andere Politiker waren hier für sowas, Mainstream, Annäherung EU an Russland und so, ja. Das war die große Convergence-Agenda. Ähm, ja, das, da hab ich damals schon vorgewarnt, ja, da gab's noch keine AfD, noch lange nicht? Ja, also bitte nicht irgendwie dann mich anheulen von wegen, du bist nur gegen die AfD. Nee, das ist mir egal, wer uns verrät. Äh, Verrat ist Verrat, liebe Leute. Äh, dann, äh, Newsflash, Kommunismus, kann sich als rechts tarnen und die Amateure hier im Westen erkennen das dann nicht. Das ist halt eben auch ein großes Problem, weil viele beherrschen nämlich nur die einfachste Form des Antikommunismus, das heißt, sie sehen halt nur offene Kommunisten und maulen dann dagegen, aber sobald es ein bisschen komplizierter wird, schnallen die das einfach nicht mehr. ja, äh, äh, man drängt US-Einfluss nicht damit zurück, dass man sich den Russen andient. Das ist, wenn, wenn man mehr Russenstuss hier zulässt und mehr russische Geheimdienst, ähm, Infiltration Deutschlands hier befördert, was glaubst du, was dann passiert? Die Amerikaner erhöhen auch ihren Druck und die Amerikaner machen hier auch mehr, ja, das ist immer, die Leute haben nicht mal eine Ahnung von diesen Mechanismen, die denken, wenn du Russland irgendwie ein Bit stärker machst, werden die USA dadurch ein Bit schwächer. Nö, du machst Russland ein Bit, wenn du Russland irgendwie ein Bit stärker machst, werden die USA um mindestens ein Bit stärker, wenn nicht sogar mehr. Herzlichen Glückskeks, liebe Russenstosser, ihr vernichtet hier alles. Ja, und, ähm, ja klar, und je dreister die Russen hier agieren, umso krasser machen das auch die Amerikaner. Irgendwann landen dann Russenstosser hier in Guantanamo oder in irgendwelchen Foltergefängnissen in Nordafrika, ähm, weil eben dann die, äh, Samtanschuhe ausgezogen werden. Ja, dann wird es noch ein paar Enthüllungen geben, auch jetzt dann so im Bereich Terror und so und, ähm, wegen halt Maulwürfen bei den US-Behörden gibt es dann halt hier wieder Anschläge. Und dann geht es halt mal richtig krass zur Sache. Ne? Ähm, Ja, also du drängst US-Einfluss nicht damit zurück, dass man, dass man sich, dass man hier die Russen hier mehr einlädt. Machst damit den amerikanischen Einfluss hier noch schlimmer. Ja, dann, erwischte sind erpressbar. Ja, stell dir mal vor, die CIA erwischt, oder die NSA oder wie auch immer, äh, die Amerikaner erwischen jemanden, wie er sich an die Russen verkauft. Was machen die dann mit dem? Einfach nur in der Öffentlichkeit entlarven? Okay. Was ist, wenn die den rekrutieren? Ja, das heißt, der, der, der selbsternannte irgendwie Russenfreund und Oberpatriot und Weltretter und so, der, der, der lässt sich dann rekrutieren von der CIA vielleicht und arbeitet dann gegen die Interessen seiner Fans. daran schon mal gedacht, wie viele Russenstoßer sind längst eigentlich hier unter Kontrolle der CIA. Ja, ich meine, es ist wirklich leicht, jemanden zu rekrutieren, der sich halt komplett strafbar gemacht hat. Ten times over. Und deswegen ist es halt auch so eine saumäßige Blödheit, einfach diesen Russenstoß zu fördern und dieses Zeug zu klicken und zu teilen und so, ja, und Leuten, Leute damit Geld zu bewerfen, äh, weil die bringen sich damit in Teufelsküche und sind damit erpressbar und sind damit dann steuerbar. Das heißt, die Leute da draußen, die Aktivisten, machen es eigentlich für die Geheimdienste noch viel einfacher. Solche bedeutenden Influencer oder sogar Politiker, äh, machen es einfacher, dass die rekrutiert werden, dann vom US-Geheimdienst zum Beispiel. Dann, der Erfolg von gekauften Leuten führt zur Nachahmung und wachsender Popularität der idiotischen Ideen, somit werden echte Analysen verdrängt. Herzlichen Glückskeks, liebe Aktivisten da draußen, ihr macht alles zunichte hier. Ja? Ich meine, das sieht man ja, da war dann irgendwie so ein Video von, oder, da war glaube ich schon Ukraine-Krieg und dann macht dieser Tilo Jung, irgendwie jung und naiv oder was, macht dann so ein Video mit diesem, äh, Cyple und das Video, die labern halt dann und das Video hat dann 1,7 Millionen Klicks oder sowas. Schon wie durch Zauberhand das auch immer passiert, oder? Dass halt so ein, so ein absoluter Russenstoß, dass der halt dann, ähm, viral geht, ne? So, und dann, wie gesagt, ist es, in den meisten Fällen ist es halt so, die Leute armen einfach das nach, was sie halt dann irgendwie sehen, ob sie das jetzt wirklich glauben oder nicht, weil sie auch Kohle machen wollen, sie wollen auch bedeutsam sein und so und es führt eben dann dazu, dass halt dieser Stuss immer viraler geht und die Leute da draußen denken dann immer, ja, das muss ja stimmen, wenn so viele Leute dafür sind und wenn so viele Leute das anklicken, es ist halt so eine, so eine sich selbst verstärkende Idiotenspirale, die natürlich dann dazu führt, dass halt hier für uns Deutsche ein gewichtiger Schaden entsteht, ja? Ich meine, es gibt alle möglichen Leute auf der Welt, die alles mögliche dumme Zeug glauben und es sind Massenphänomene. Also kommen wir bitte nicht mit diesem Argument, ja, aber es muss ja was dran sein, weil so viel dazu gemacht wurde. Nee, nee, nee. Und irgendwann hast du halt, wenn halt diese Strategien so verwendet werden, ja, das heißt, die einen machen Russenstoß und die anderen machen halt, sind dann so die US-NATO-Bitches, ja, und so. Und wozu führt das dann? Wenn halt dann auch im Publikum die Leute meinen, entweder das oder das und wir drängen nur die Amis zurück, wenn wir quasi mit den Russen da rummachen und so. So, zu was führt das dann? Es gibt dann irgendwann nur noch Narrative hier, populäre Narrative, die entweder den Amerikanern hier gefallen oder den Russen. Wo sind dann deutsche Narrative? Nirgendwo. Wo ist richtige deutsche Forschung und richtige deutsche Lösungsansätze? Die findest du dann nicht mehr. Herzlichen Glückskeks. Reife Leistung. Reife Leistung. Äh, dann, ja, natürlich auch fanatisiertes Publikum blockt alles ab, was ihm nicht gefällt. Also, das heißt, die können dann gar nicht mehr richtig denken. Ist nur noch Putin. Ist es dann halt nur noch so Putin, Putin, Putin. Äh, und dann hab ich mir mal, äh, hier dieses, diesen Film hier angeguckt. Das war, der hieß Ich Putin ein Porträt. Von Hubert Seipel von 2012. Ja, findet man ja online. Und, und das Ding war halt damals schon ein bisschen kontrovers. Haben mal Leute gemeint, ja, es ist so soft und blablabla und es ist halt einfach, er kam halt an Putin so nah ran, durfte mit dem halt aus nächster Nähe Zeit verbringen äh, und jeder Journalist weiß, dass du halt an große, wichtige Leute nur rankommst, wenn du halt sehr unterwürfig bist und halt nicht kontrovers bist und so. Ähm, aber wenn man sich dieses, diesen Beitrag jetzt anschaut, dann ist der eigentlich viel krasser, als er, als er scheint. Ja, es ist halt dieser typische öffentlich-rechtliche Stil. Also, das ist jetzt halt so, äh, die, äh, halt professionelles Bildmaterial und ein gewisser Stil vom Edit, vom Bildschnell, ja, und halt die Stimme aus dem Off, das sind dann gewisse professionelle Sprecher. Also, es hat alles so diesen typischen pseudo-seriösen Stil, aber es ist eigentlich unglaublich subversiv. Ja, also, fängt dann irgendwie an, Seipel fragt, äh, Seipel fragt Putin, woher kommt die negative Haltung des Westens gegenüber Russland? Natürlich kommt dann die vorgestanzte Antwort von Putin, ja, das liegt an Angst, weil wir haben Atomwaffen, wir sind auch gut auf anderen Gebieten und so. Äh, Seipel meint dann, ja, der Westen will Russland, äh, seine Regeln, sein Wesen aufdrängen. Absoluter Quatsch. Ja, Russland hatte schon unter den Zaren Möglichkeiten, was eigenes, taugliches zu etablieren, äh, und, äh, die hätten ja auch nur so eine Fake-Aufklärung machen können, wie in Britannien, äh, wie in, äh, Britannien oder in USA, da gab es ja laute Ideen, die da auch durchdiskutiert wurden, ja, wie kann man halt eben das Empire transformieren, äh, und, ähm, gab es dementsprechend Optionen, aber es blieb halt in Russland bei der Leib-Eigenschaft, man war total mittelalterlich und total hinterher und dann gab es ganz spät die Abschaffung der, äh, Leib-Eigenschaft auf dem Papier, ja, die Kommunisten dann konnten die Gesetze der Physik auch nicht brechen, also die hätten ja auch was Besseres machen können aus eigener Initiative, aber es war eine absolute Horror-Show mit dem, äh, also eine absolute Horror-Show dann mit dem Kommunismus. Ja, und immer, immer diese krankhafte narzisstische Opfermentalität bei den Kommunisten. Oh, wir Armen, wir sind die Opfer, wir sind immer die Opfer und, und die, ähm, die Vietkong sind die Opfer und, und, ähm, das ist ein Befreiungskampf in Vietnam und im Korea-Krieg und in China, äh, der ganze Horror, äh, das war alles ein Befreiungskampf. Und wir haben nämlich die Leute befreit und es ist immer der Westen schuld, ja, also was für ein kranker, kranker Mist, der da halt eben gepusht wurde von den Kommunisten und dann kamen so die Jelzin- und Putin-Ära und es ist halt einfach eine KGB-gesteuerte Transformation gewesen vom Empire und immer noch jetzt dieses vorgestanzte Opfer-Framing. Ich meine, das machen ja auch China- oder Araber-Königreiche, wenn sie bei Staatsbesuchen Kritik hören, ja, das heißt, die Merkel geht nach China oder irgendwie Habeck oder wer auch immer, die gehen nach Katar oder sonst irgendwo oder halt Vereinigte Arabische Emirate und dann sagen sie halt dann schön so, ja, bla, Menschenrechte sollten doch hier mehr respektiert werden und so und dann sagen halt dann die Araber oder die Chinesen, ja, wir verbitten uns eine Einmischung in unsere internen Angelegenheiten. ich meine, ich meine, die Chinesen wollen allen anderen ihr System im Ausland aufdrängen und die Russen, die Russen wollen ihr System allen anderen aufdrängen, aktuell auch gerade Ukraine, die würden ihr Drecksystem auch uns Deutschen aufzwingen, wenn sie das könnten, so einfach. Aber sie verbitten sich Einmischungen in ihre inneren Angelegenheiten. Ich meine, ja, dann, Sibirienflug in dieser TV-Doku, das ist eine Wochenendepause von Putin, die gehen dann jagen, also du hast da dann Putin, seine Bodyguards und ein paar enge Vertraute und diesen deutschen Journalisten, der jetzt dann aufgeflogen ist wegen Zahlungen aus Russland. Also, man sieht dann, die steigen dann ein in mehrere Toyota Landcruiser. Aha, die fahren da Autos von ihrem Erzfeind Japan, weil die Autos mehr taugen. Und später steigt man dann in so eine Militärkarre. Und da kommt dann wirklich in diesem TV-Beitrag, da kommt dann so eine Hintergrundmusik, so eine leichte Country-Cowboy-Gitarre. Es ist zwar 37 Grad unter Null, es ist halt wirklich Sibirien, aber es ist halt irgendwie so Country-Cool-Cowboy-Mucke. Ja, und die jagen dann Wölfe und Rotwild und braten dann so ein Viech über dem offenen Feuer. Ich meine, mich erinnert das ein bisschen an Hitlers Ausflüge oder an Karrenhall. Aber egal, das ist nur meine Wahrnehmung. Putin argumentiert da noch hier in der Doku, er hätte ja noch viel schlimmer sein können. Aha, dann kommt halt so eine Parteiveranstaltung und es ist eigentlich purer Faschismus oder halt wie beim Zarentum. Putin wird da glorifiziert und sein großes Bild und alle jubeln ihm dann zu und es ist halt der große Parteitag. Es wirkt eigentlich faschistisch, aber man bringt dann eben so eine Doppelstrategie in dieser Doku. Einerseits rechnet man das irgendwie dann Putin hoch an, dass Putin halt verhindert hat, dass es einen Rückfall gab in den harten Sowjetkommunismus. Weil der war nämlich den westlichen Linken oder dem westlichen Mainstream dann doch zu krass. die Gulags und rauf und runter. Also das wird ihm dann zugute gehalten. Oh, er kann ja nicht wirklich faschistisch sein, wenn er und so schlecht sein, wenn er einen Rückfall in den krassen Kommunismus irgendwie verhindert. Und dann wird noch die Schiene gefahren, ja und Putin drängt ja irgendwie oder Putin stellt sich ja gegen die Macht der NATO. Also die böse NATO, die sich da Russland annähert. Und dann bringen wir noch den Vergleich, ja die Nazis sind dann nach Russland rein damals und hatten dann Leningrad belagert, also die Heimat von Putins Eltern und Familie. Putins Brüder starben dann wegen den Nazis, die Eltern sind fast gestorben und die Kindheit und das Leben von Putin war dann halt eben dann mies wegen dieser, wegen den Nazis. Also ist das so eine geistige Verbindung, die man da ziehen möchte, anscheinend hier beim Publikum? Ja, er kann ja nicht faschistisch sein, sondern Putin symbolisiert den Antifaschismus. Ja, das war die, die Russen haben ja dann die Nazis plattgehauen. Also müsse man ihm halt diesen Pomp und diesen ganzen, diese Macht, das müsse man ihm ja verzeihen, weil Putin ist Antifa. Putin ist Antifa, Putin ist antifaschistisch. Ja, das sei doch wunderbar. Ja, das kommt doch sicherlich gut an beim deutschen Publikum. Das ist so die Masche in dem Film. Und das, genau so war ja eigentlich auch dieser Approach designt worden von den Russen-Geheimdiensten, um eben von den Russen-Geheimdiensten, um die Atomspione zu rekrutieren, die Cambridge-Verräter zu rekrutieren. Martin, immer gesagt, hey, Britannien wird faschistisch oder Amerika wird faschistisch und die haben ja mit den Nazis zeitweise zusammengearbeitet vor dem Zweiten Weltkrieg und wir Russen haben uns so viel geopfert, um die Nazis Platz zu hauen. Man kann doch uns mehr vertrauen, nicht wahr? Schon irre, oder? Also bei dem westlichen Publikum, bei dem westlichen Publikum, da maßschneidern die Russen halt wirklich dann ihre Narrative. Das heißt, den Konservativen und den Rechten hier erzählt man, oh, Putin kämpft gegen die linke Weltverschwörung. Ist das nicht toll? Aber anderen Leuten hier bei uns in Deutschland wird dann erzählt, nee, der Putin, der Putin, der kämpft, der Putin kämpft gegen die rechte Weltverschwörung. Weil das ist ja so das Glaubensdogma von den Linken. Also die haben wirklich eine komplette linke Verschwörungsideologie. Also wirklich irrational auch, richtig heftig. und ja und das ist jetzt die große Hoffnung. Putin ist die große Hoffnung gegen die rechte Weltverschwörung. Aha. Ähm. Ja, es heißt dann von Putin in der Sendung, ja, es gibt ja Kritik an mir, mein Putin, Demos, alles ganz normal, niemand wird da groß behindert, es gibt keinen Rückfall in den Kommunismus. aus. Äh. Also und dann die Off-Stimme erzählt dann, keine andere Partei kriegt große Gelegenheit im TV, die mächtigen Leute sitzen halt im Bolshoi-Theater dann, also es ist jetzt, es ist jetzt halt nicht so schön links, wie man es gerne hätte, aber immerhin, ne. Dann der Hinweis auf Leningrad und so. Putin spricht dann ganz soft, er gibt sich wie so ein richtiger Sweetheart. Ja, ja und er möchte eigentlich seine Ruhe, er möchte eigentlich jagen und gar nicht so wirklich im Mittelpunkt stehen und blablabla. Ja, ähm, dann irgend so ein Jugendfreund, der, der erzählt dann Putin oder die Putins, die waren aus der Arbeiterklasse. Also völlige Anbiederung an die Linken im Westen. Äh, dann Judo-Aufnahmen, Aufnahmen von Putins Rede im Bundestag, da glorifiziert er ja den Adel, also halt den alten Zarenadel, gleicher Adel wie die Russen, äh, wie die Briten meine ich. Äh, die Off-Stimme erzählt dann in der Doku, die NATO stellt ja direkt an den Grenzen zu Russland Raketen auf, also halt Abwehrraketen. Und das ist wie so ein Rückgriff auf den vorherigen Punkt in der Doku über die Nazi-Besatzung Leningrads. Also für die Russen ist die NATO wie die Nazi-Bedrohung, die näher rückt. Und Seipel meint dann so zu Putin, äh, Seipel meint zu Putin, ja, aber laut NATO richtet sich ja der Raketenschild gegen den Iran. Und Putin lacht dann und er macht das echt gut, er ist voller Schauspieler. Ha, 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 man, äh, nach so einem langen Arbeitstag habe ich jetzt echt gute Laune, weil du mir diesen, quasi diesen Witz gemacht hast, ja, also, weil das halt mehr oder minder sarkastisch war. Weil der Raketenschild, der satanische, äh, Nazi-Raketenschild sich natürlich dann gegen Russland richtet. Äh, dann zeigt man noch, Busch straf Putin, war angetan und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, und dann 20, äh, 2021, also kurz vor dem Ukraine-Krieg, äh, da kam dann so das, äh, Seipel-Buch raus, Putins Macht, warum Europa Russland braucht. Also richtig schamlos. Es heißt dann hier in der Beschreibung, wie Russland den USA die Führungsrolle in Europa streitig macht. Europa, bla, 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 höchste Zeit, sich neu zu orientieren. Die USA sind ein unberechenbarer Partner geworden, wegen Trump, äh, der etwa beim Thema Nord Stream 2 auf schlichte Erpressung setzt, aber wie wird sich die EU nach dem Attentat auf Nawalny und die Wahlen in Belarus zu Russland verhalten? Kaum jemand kennt Wladimir Putin so gut wie Hubert Seipel, der als einziger westlicher Journalist einen direkten, persönlichen Zugang zu ihm hat. Muss ich auch fragen, warum gerade er? Ich meine, es gibt viele andere, die es gleich erzählen wie Seipel. Also es gibt vielleicht noch einen ganz, ganz besonderen Grund, warum Putin ihm irgendwie besonders vertraut hat und ihn besonders gemocht hat. Ja, ey, keine Ahnung, vielleicht war auch irgendwie ein Verwandter oder ein Vorfahre oder was von Seipel, vielleicht war irgendein Vorfahre im KZ gelandet oder irgendwas. Who knows? Ja, irgendwas da, was da vielleicht noch ist. Kann man natürlich ja hier bunt spekulieren. Hier, und ich bekam jetzt auf die Schnelle keine digitale Kopie von diesem Seipel-Buch, weil das wurde alles komplett rausgenommen. Gibt halt Restexemplare hier in Printform. Aber es gibt so eine Rezension von Dr. Arno Mohr und er war entsetzt über das Buch. Also es hieß dann, Putins Macht ist mit Verlaub gesagt eine selbstgerechte Anklageschrift gegen all diejenigen Staaten und politischen Akteure, die dem russischen Präsidenten nur das Leben schwer machen wollten, die ihm auf allen Ebenen in jeder Hinsicht misstrauten, die permanent versucht hätten, ihn in die Enge mitzutreiben, in einem globalen Netzwerk, deren internationalen Beziehungen auszumanövrieren, bla 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 bla. Ja, ihm und seinem Land in fast schon imperialistischer Manier Ideen oder Programmatiken aufzuoktroyieren, die nur Souveränität und Integrität Russlands untergraben würden. Ja, also Putin wolle nur sein Volk schützen, bla 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 bla. Nach einem allgemeinen Verständnis von Objektivität hätte Seipel die Finger in die offenkundigen Wunden der staatlichen Repressionsmaßnahmen und ihren Folgen für eine informierte Bevölkerung legen müssen. Also halt dann die totale Oligarchie, die sich schamlos bereichert, totale Korruption, eine Vermählung von Thron und Altar im Prinzip in Russland. Ja, dann halt die, dann wird halt eben dann kritisiert, diese Vorstellung einer, also diese, diese da geschilderte Vorstellung einer Entartung und Zersetzung des russischen Volkes unter anderem durch westlich-kapitalistische Produkte, kulturelle Einflüsse, gesellschaftliche Modernisierungen wie Konsumorientiertheit, Eigennutzverhalten, Gemeinwohlabstinenz, Glamour-Verführung und postmaterialistische Wertbesetzung, die nur dazu da seien, der russischen Bevölkerung Vorschriften zu machen, wie sie ihr Leben gestalten sollten, sollte. Seipel verwendet hierbei das Wort aufzwingen. Haben die Japaner Putin und seinen Bodyguards, äh, denen, den, den, den Russen da, äh, die, die, die Toyota Landcruise aufgezwungen? Ich glaube nicht. Was ist mit den ganzen Mercedes-Limousinen da in Moskau? Ich denke nicht. Was ist mit den, äh, Juwelen? Was ist mit den Palästen? Alles aufgezwungen vom dekadenten Westen? Ich glaube nicht. Ja, ähm, ja, und es geht ja immer dann so weiter und so weiter. Ähm, das heißt, Seipels wohlwollendes Verhältnis zum russischen Präsidenten erscheint so durchparfümiert von Putins politischem Denken, dass es ihn in eine Art narkotisierter Starre versetzt hat, aus der heraus kein wirklichkeitsgerechter Blick auf die Problematik, um die es hier geht, mehr möglich war. Tja, und jetzt wissen wir, es flossen da anscheinend bis zu 600.000 Euro für dieses ein, für ein vergangenes Buchprojekt. Wer weiß, was für andere Projekte da geflossen ist? Ja. Äh. Also, und dann. Äh. Ja. Und dann habe ich mir natürlich dann halt dieses Leben und die Karriere von Hubert Seipel nochmal größer hier angeschaut und so. Also, er machte erst einen auf Enthüllungsjournalisten. Natürlich nur gegen westliche Korruption, ja. Und, ähm, als es dann irgendwann bei ihm um Russland ging, war er auf einmal zahm. Und, ähm, so, so russlandkritische, aber auch westkritische Autoren, wie Jürgen Roth, die verdienten an Kleingeld, mussten sich herumplagen mit Gerichtsprozessen gegen deutsche Politiker, die sich verunglimpft fühlten. Und dann vor Catherine Beltons Buch über Putin und dessen Umfeld waren Investigativautoren reihenweise gescheitert vor britischen Gerichten, weil reiche Ost-Oligarchen ihre Anwälte eingeschaltet hatten. Also, der eine kriegt halt einen roten Teppich und 600.000 Euro von einem Oligarchen. Der andere kriegt halt eben eine Schadensersatzklage von einem Oligarchen über Millionen. Ja. Und der eine erzählt halt einen Schmuh und der andere gibt halt ein realistischeres Bild. Ja. Ja, das ist so ein bisschen wie, klingt für mich so ein bisschen wie, ähm, irgendwie Pablo Escobar. Ja, Plata o Plomo. Ja. Willst du, willst du Kohle oder willst du Blei? Ja. Willst du Zucker, Brot oder Peitsche? Deine Wahl. Ja. Also, äh, Catherine Belton hatte auch voll den Stress. Jürgen Roth hatte Stress. Hubert Seipel ging es prima. Er bekam die höchsten deutschen Preise für seine Bücher und TV-Beiträge. Ja, also man fand jetzt halt in so einem Datensatz halt diesen Sponsorenvertrag über 600.000 Euro. Das Geld kam anscheinend von dem russischen Oligarchen Alexey Mordashov über eine Briefkastenfirma und das ist eigentlich ein Briefkastenfirmen-Netz. Äh, schriftliche Notiz deutet darauf hin auf einen ähnlichen Vertrag für ein anderes Buch von Seipel. Ähm, und, ähm, Seipel hatte in der Vergangenheit empört reagiert auf die Frage, ob er Geld aus Russland bekommt. Also irgendwie so ein Radio, irgendwie öffentlich-rechtliches Radio, wurde halt einfach dann gefragt, ja, äh, wurden sie auch schon bezahlt von Russland direkt. Und der Typ meint dann so, ja, geht's noch, geht's noch. Ja, und hat sich dann voll aufgeplustert und so, ne. Und jetzt sehen wir halt mal an einem Beispiel, wie sowas funktioniert. Also da werden halt dann Kontakte geknüpft und dann fließt halt auf einmal dann so richtig das Geld. ne, und das ist es dann. Ja, das ist es dann. Ähm, also man sieht halt aktuell so ein bisschen die Preisliste der Russen, wenn du halt so die Größe hast von diesem Seipel, den Einfluss von diesem Seipel, ja, dann kriegst du halt 600.000 oder bist du 600.000 Euro für ein Buch. Ein Buch. Ja, ähm, also ein bekannter deutscher Politiker wäre den Russen wahrscheinlich Millionen wert. Online-Influencer ließen sich billiger bekommen. Die letzten Telegram-Ratten kriegst du natürlich für Kleingeld. Ähm, da ja die russischen Gasgeschäfte über Zwischenfirmen abgewickelt werden, bleibt bei jeder Zwischenstation ein Teil des Geldes hängen, kann für subversive Operationen verwendet werden. Ich meine, es gab ja dann so Verräter wie diesen Hanson, Robert Hanson beim FBI. Der bekam umgerechnet 250.000 Dollar für, ähm, für jeden, jeden wichtigen US-Agenten, ähm, ja, oder jede wichtige, oder, also auch Leute wie Eldridge Ames, die bekamen wirklich ein Vermögen für jede Quelle, die verraten wurde, die dann halt in Russland verbrannt war, ja. Nämlich mutigen Russen, die halt das Sowjet-System stürzen wollten, die wurden dann einkassiert, gefoltert, umgebracht. Und jedes Mal bekamen dann so einen Robert Hanson oder Aldrich Ames bekamen dann umgerechnet halt so 250.000 Dollar. Und die wussten dann gar nicht so richtig, wie sie das Geld halt irgendwie ausgeben sollen oder wie sie es verbergen sollen, haben dann irgendwelche dünnen Cover-Stories erfunden von wegen, ja, reich geheiratet oder die Familie von der, von der Schruller hat irgendwie voll das Geld und so. Und dann trugen halt solche Verräter bessere, teure Anzüge als die Chefs bei der CIA, und hatten halt hier ein abgezahltes Haus, hier noch ein Grundstück, ein Boot und Autos und so. Come on! Ja, und solche Verräter haben eben dann die, also viele Operationen ruiniert beim FBI und halt eben auch bei der CIA. Und deswegen war es dann eben auch so einfach für andere Maulwürfe, ich vermute Skull and Bones, halt eben dann so einfach für andere Maulwürfe eben da so ein bisschen, ja, einzuwirken und dann hattest du eben dann so Sachen wie 9-11. Also 9-11 hätte ohne Inside-Hilfe so nicht funktionieren können. Das sind jetzt nicht nur russische klassische Maulwürfe in den amerikanischen Behörden, die da mit reinspielen, sondern es ist ja nochmal ein bisschen komplizierter, es geht nochmal eine Ebene tiefer. Aber allein auf der gewöhnlichen Ebene, so russische Verräter, die haben Hanson, Ames, die haben viel ruiniert und deswegen wurde es dann später halt eben dann einfacher für gewisse Leute halt eben dann so, ja, 9-11 zu ermöglichen und dann von 9-11 nochmal zu profitieren.